Die Qualität im Bau ist uns ganz wichtig gewesen, im besten Fall auch wirklich nachhaltige Themen mit zu verfolgen. Beton, Glas, Holz, ein reduzierter Ansatz und wir sind sehr zufrieden, wie dieses Material Holz von der Firma Böhmler hier umgesetzt worden ist. Die Firma Böhmler hat für uns das tolle Produkt, Trapper in unterschiedlichsten Formen und Qualitäten. Wir haben hier Fischgrad-Pakete in allen Farben und Formen mit eingebracht. Die Qualität muss in jedem Fall auch der hohen strapazierten Situation eines Hotels ja auch gerecht werden. Wir verbauen hier Materialien, die in Würde altern. Also deswegen ist es wichtig, dass die Basis auch stimmt. Deswegen haben wir uns auch wirklich für dieses Vollholz letztendlich entschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.